hallo meine lieben ja heute gibt es wieder neues von unseren elfenkindern heute haben sie ihren fischtag es gibt frischen getrockneten fisch zu essen ja ich glaube heute steht generell ihr tag unter dem zeichen des wassers weil draußen hatten die kleinen eine katzentoilette stehen die gefüllt war mit wasser so als mini swinging pool ja und wie man sieht sie sind alle ordentlich patsche nass also die abwechslung die hat ihnen gefallen und jetzt muss man sich natürlich erst mal bei mami wieder stärken nach so viel action hört euch mal an wie die kleinen schmatzen so kleine ferkelchen und guckt euch mal an was das für riesenbrocken sind guck mal der liegt jetzt der länge nach da ist das ein bröckelchen beziehungsweise das ist ein mädchen also das ist eine hündin die jetzt gerade da vorne so liegt da muss man sich erst mal schütteln ja und unsere hunde kommen ganz viele getrocknete knabbersachen getrockneten fisch getrocknete gänsehälse getrocknete hühnerhälse getrocknete rinderbeine rinderkopfhaut rinderohren und schweineohren also so das ganze was so auf dem programm steht auf markknochen weil ich sag immer genau wie kleine kinder so eine orale phase haben so haben hunde die auch und es ist ganz ganz wichtig für ihre entwicklung dass sie knabbern und kauen und machen können das brauchen die einfach ja und dann sorgen die auch nicht für ein rustikales ambiente in der wohnung also ich empfehle immer diese knabber sachen nur dann rauszuholen wenn ich aus dem haus gehe weil wenn das natürlich immer zur verfügung steht ist es uninteressant aber wenn es dem hund dann gebe wenn ich aus dem haus gehe dann ist er in der zeit beschäftigt wo ich gerade weg bin mit was ganz tollem und was ganz interessantem und lernt damit umzugehen ohne dass es stress für ihn ist weil viele wissen nicht dass kauen beruhigt in stress situationen das tut dem hund gut und sorgt für stress abbau ja und die kleinen kommen ja auch so mit vier bis fünf monaten in den zahnwechsel und so wie es für kleine säuglinge beißringe gibt so gibt es natürlich eben für die hunde diese getrockneten knabbersachen dann kommen die auch leichter durch den zahnwechsel durch als faustregel sollte man nur sagen holt große sachen die die hunde nicht auf einmal verschlucken können also wenn ihr so ein ochsenzimmer habt und da ist nur noch ein stück übrig dann schmeißt das weg damit der hund das nicht als fremdkörper hinten im hals stecken hat also ganz ganz wichtig knabbersachen sollten immer eine große größe haben damit es nicht gefährlich ist bei so kleinen sardellen die wieso chips sind da passiert natürlich nicht die sind ja nicht hart in dem sinne das sind so crunchy dinge sage ich jetzt mal so ein kleiner snack für zwischendurch ja ich hoffe ich habe euch wieder viel freude gemacht in meinem kleinen video den kleinen wie gesagt den geht es sehr sehr gut die sind alle wohl auf ja elfe findet das auch total lecker getrocknete sachen die gehen immer die lieben sie über alles also meine hunde wenn die schon gehören dass ich mit einer tüte raschelt dann stehen die alle vor mir sagen wir auch so ist los gib her was gibt es jetzt wieder tolles und der vorteil bei diesen getrockneten sachen ist halt dass keine farb und konservierungs und lockstoffe drin sind und auch kein zucker weil das hat natürlich in tiernahrung überhaupt nichts zu suchen das ist halt wirklich ein gesunder snack sowie für kinder wenn ich frischen natur joghurt nehme und macht da frische früchte rein dann ist das ein gesundes essen was vernünftiges wo dem kind gut tut nicht diese kinder joghurts und kinder drinks die voll sind mit zucker und so ähnlich ist es halt leider gottes mit vielen hunde leckerlis die hunde fressen die natürlich wahnsinnig gerne aber oft hat haben diese sachen mit fleisch oder so gar nichts mehr zu tun sondern sind einfach nur ballaststoffe und ja wie gesagt voll mit farb und lock und konservierungsstoffen und das sollte natürlich seinem hund nicht zu essen geben also guckt euch wirklich einfach mal auf der packungs rückseite an was da drin ist ihr werdet staunen was ich in eurem so tollen wunderschön geformten lecker die alle drin alles drin befindet so jetzt in diesem sinne alles gute bis dann tschüss